Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste und täglich grüßt das Murmeltier möchte man meinen, wenn man diese reichlich angestaubten SPD-Anträge liest. Die Sozis glauben anscheinend, wenn man Anträge nur oft genug einbringt, werden sie auch irgendwann mal angenommen, aber das wird auch heute nicht passieren, denn sie sind schlichtweg realitätsfremd. Dass immer weniger Menschen in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, ist kein Zufall. Zwischen 1990 und 2020 ist nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft die Zahl der Beschäftigten, die in Betrieben mit Tarifbindung tätig gewesen sind, um rund 30 Prozent gesunken. Als Hauptursache wird dabei der Strukturwandel ausgemacht. Neugegründete Unternehmen, zum Beispiel in der IT- und Medienbranche, ich weiß, da kennen Sie sich nicht so gut aus, wollen sich einfach nicht mehr an einen Tarif binden. Das sollte auch die SPD endlich zur Kenntnis nehmen. Aber das scheint immer noch ein Neuland für diese Altpartei zu sein. Hinzu kommt, die Bindungskraft der Gewerkschaften ist während desselben Zeitraums noch stärker zurückgegangen. 1991 waren 14 Millionen Beschäftigte in einer der großen Gewerkschaften organisiert, doch bis 2020 hat sich diese Zahl auf 7 Millionen halbiert. In dieser Zeit sank der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an den Beschäftigten insgesamt von 39 auf 18 Prozent. Das mag die SPD bedauern, aber besser täte sie daran, die Gründe für diesen Trend auszumachen und entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ach ja, das tut sie ja bereits. Sie positioniert sich ja als antifafreundliche Linkspartei mit grünem Anstrich. Auch beim Thema Mindestlohn zeigt sich die hartnäckige Realitätsverweigerung der SPD. Dabei geht es nicht um die konkrete Zahl von 12 Euro oder 13 Euro, sondern um das Verfahren. Aus gutem Grund werden Erhöhungen des Mindestlohns in einer Kommission bestimmt, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter miteinander verhandeln. Das entspricht dem bewährten Grundsatz der Tarifautonomie, der auch im Grundgesetz angelegt ist. Warum daher jetzt einmalig von diesem Verfahren abgewichen werden soll, erschließt sich uns nicht. Warum soll der Deutsche Bundestag an die Stelle der Tarifpartner treten? Gerade weil wir die Tarifautonomie für besonders wichtig halten, Herr Habersaat, sollte die Erhöhung von Mindestlöhnen auch weiterhin in der Kommission entschieden werden. Politischer Aktionismus ist hier viel am Platz. Zum Handwerk. Erst vorgestern war ich beim ausführlichen Gespräch mit Vertretern der IHK in Kiel, Jübeck und Flensburg zu Gast. Thema war die berufliche Bildung. Es herrschte völlige Übereinstimmung darüber, dass die Vorteile der beruflichen Bildung noch besser kommuniziert werden müssen, auch in den Schulen, um dem Trend zur Akademisierung entgegenzuwirken. Unser Motto heißt seit jeher Meister statt Master. Denn wir brauchen deutlich mehr Fachkräfte im Handwerk, Industrie und Gewerbe, um Schleswig-Holstein nach vorne zu bringen. Dazu benötigt das Land ein flächendeckendes Angebot von Berufsschulen, zu dem auch deren gute Erreichbarkeit mit Auto oder ÖPNV gehört. Ein Azubi-Ticket ist wünschenswert. Das Schipp ist eine gute Idee, muss aber dringend mit mehr Leben gefüllt werden. Es ist aber positiv, dass die berufliche Bildung im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Dort gehört es hin. Dort genießt es die richtige Wertschätzung. Dort soll es auch nach der Wahl bleiben. Der SPD-Antrag listet einfach alle Themen, die gerade so angesagt sind, auf. Aber wer den Weg ins Handwerk und den Weg in die Selbstständigkeit sucht, der braucht keine schönen Schlagworte oder Modeworte. Der braucht konkrete Maßnahmen wie den Abbau von Bürokratie, weniger Auflagen durch die EU und eine Politik, und das ist das Wichtigste, die das Unternehmertum wertschätzt. Und davon ist die SPD nach wie vor Lichtjahre entfernt, wie ihr Antrag zur Tarifbindung und zum Tariftreuevergabegesetz beweist. Daher lehnen wir beide SPD-Anträge ab. Danke.